Hallo Freunde des ewigen Thronen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Und zwar, das war letztes, und zwar, ich hab mir letzte Folge immer verkackt Ich versuch's jetzt noch ein einziges Mal Boah, das ist echt nicht leicht Von dem, weil das von dem über die scheiß Heilung immer so gescheitend verziert wird Vor allem mit dem letzten Kampf haltet, konnte ich echt nichts, werde ich da gestorben Ach scheiße, das geht gar nicht, doch jetzt geht's Und jetzt wieder so den hier Warte, warte, ich hasse sie, warte, ich hasse diese dumme Tante, ey, die Stunt nur Warte, ich will die Heilung und weh, das Stunt mich jetzt schon wieder so jetzt Aber das ist echt fies Warte, ich muss hier raus Ich muss hier raus Da Oh Gott, wo steh ich denn? Ich will hier raus, ich will hier raus Alter Was ist denn das für ne Kacke, Alter Ich heil ja auch keiner, das ist über das Dummer hier dran Oh fuck, ich muss hier weg, ich muss hier weg Da ist Heilung Wo ich auch steif wieder nicht hinkomme So, weiter, 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 weiter Da ist Heilung Ich will die scheiß Heilung, Mann Komm her, bleib nicht bei dir stehen Da Da Hey geil Du solltest es halt eigentlich doch schaffen Das scheint ja irgendwie so schwer zu sein Von hier war ja wieder da hinten ist Heilung Gib sie mir, gib sie mir Dankeschön Da kommt die jetzt, ich dachte schon, die kommt jetzt noch hin So, das hält ich mir relativ gut Ich sehe nichts Soll ich mal wieder nach vorne wieder gehen? Ja, genau Ich teleportiere mich zurück Ja, sicher Sicher Ich komme nicht raus So, warte, ich muss hier nicht nutzen Ja, dann stunde ich mich wieder, genau Genau Und hier gibt es natürlich wieder keine Heilung für mich Da Da Gib sie mir, gib sie mir Direkt sogar zu 2 Komm, geh da rein Die Heilung muss ich da verfolgen Komm, gib mir die scheiß Heilung da erstmal Alter, ey Oh, fick dich doch Weh, ich sterbe jetzt hier schon wieder, weil hier keine Heilung ist Geht mir eine Heilung, verdammte Kacke, ey Hier ist keine Heilung, Mann Da hinten Ja, genau, versteck mich halt Und stun mich 10.000 mal Jetzt haut die Heilung auch wieder von mir ab Heilung, komm her, Heilung, komm her, Heilung, komm her Heil mich doch Ja, denk ich Kommt ja früh, ey Dann soll ich ja nachher flüchten Dann ist wieder Heilung So, hier die nehm ich Alter, wo ist die Tante denn jetzt? Geht der mir mega auf den Sack, Alter Von den wegen im ganzen Scheiß rumgestunnen Weil die nur am Stunnen das und ich will den Scheiß echt mal schaffen Alter, hier muss doch irgendeinen Trick haben Hier muss es doch irgendeinen Trick geben, was steht hier was? Oh, Scheiße, Mann Da Gib sie mir, gib sie mir Aber ich finde das ehrlich gesagt eigentlich ziemlich fies, dass hier so wenig Heilung ist Ich dachte, man kämpft hier vielleicht mal wieder am besten So, von dem Fall ist das echt fies eigentlich Weil, wenn du es einmal verkackst Du musst alles nochmal von vorne machen Ja, ist dann einfach Vor allem macht das Schaden, wenn ich wieder frische Blasen auf den Schleer Lass mich doch mal hier weg Gib mir Heilung Hier ist wieder keiner, oder was? Nein Aber die ist wieder arschlich weit weg So, das kommt sie her Oder auch nicht Komm, jetzt gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir Ja, endlich Dieser Tuss, ey Geht mir so auf den Sack, ey Geht mir die Heilung da Jawohl Weh, die schlubzt mich jetzt irgendwie wieder runter, oder so Dann werde ich nicht böse Oh fuck, das war jetzt extrem dumm Gut, das war jetzt, das war jetzt dumm ein von mir Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich sterbe sie nicht. Nein, nein, nein. Scheiße. Nein. Da hinten ist Heilung. Gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir. Gib sie mir. Da. Nimm sie doch. Alter, ich, ich hab jetzt eh, ich hab angespannt. Ob ich den Scheiß, den ich verschaffen will. Ich kann mich auch nicht schneller machen oder so, das ist ja auch das Problem. Hier, Heilung nochmal. Alter, aber die ist echt schwer. Die im Veteranenbruch legen. Dankeschön. Schön, danke. Da kann ich auch schon mal sagen, viel Spaß im Veteranenmodus mit der Tasse. Mit der Tasse. Mit der Tasse. Okay, jetzt muss ich hier raus. Ich muss hier raus. Heilung finden. Ich kann mich auch nicht selber heilen, das ist das Dumme. Da ist Heilung. Boah, zum Glück. Gott habe sie selig. Scheiße, muss hier weg, ich muss hier weg. Ich darf sie auf gar keinen Fall runterballern. Und das wäre jetzt das Dümmste, was ich machen könnte. Frage ist, wie kommt jetzt hier das nächste Heilung rein? Ich kann mich nicht instunnen, alter Scheiße. Oh, wie fies ist das denn bitte? Gib mir die scheiß Heilung da hinten. Ja. Dir auch. Boah. Das ist ja mega fies, alter. Du kannst ja gar nichts dagegen machen, mehr. Oh, fuck. Ich kann sie wieder raus. Alter, fuck. Ich bin jetzt gerade voll angespannt. Wenn die mich jetzt hier runterschmeißen, alter. Ich werde die sowas von umbringen. Warte, warte, warte jetzt. Heilung. Heilung, habe ich gesagt. Heilung. Wenn ich jetzt hier sterbe, alter. Ich werde nicht. Nein, 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 nein. Scheiße. 43 Prozent. Da ist Heilung. Da ist Heilung. Gib sie mir. Gib sie mir. Nein. Nein. Oh, gib mir die Heilung. Ja, klar, ne? Ich kriege die Heilung nicht. Ja, klar. Ja, nee, ist klar, warum? Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar, genau. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn mit der Verbindung los? Warum denn? Was habe ich denn wieder getan? Ich muss doch irgendwelche Tricks geben. Genau, jetzt haut die Heilung nur von mir ab. Das wäre jetzt dumm. Ich glaube, muss ich einfach nur hier drin stehen sein. Wie sieht das gerade richtig gut aus? Und das wird dann mir auch nicht gesagt. Das ist ja so ein Problem. Oh, scheiße. Komm her, Heilung. Komm her, dann mal den hier nehmen. Dreck ist das ja auch die Tricksilösung. Ich hoffe es doch mal, denn das ist echt schwierig. Und das finde ich echt unfair, muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiß ja gar nicht, was ich hier machen muss. Scheiße, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Das wird dann ja auch nicht gesagt, wirklich. Komm her, du scheißt. Es ist wieder keine Heilung da. Wir lieben es ja alle. Aber dieses scheiß Unmist, Daniel. Das geht ihm auch richtig auf den Sack. Das ist nicht gut gemacht, hätte ich gesagt. Du kommst ja auch hier nicht wirklich voran. Es gibt doch keinen Save-Point zwischendrin. Das ist ehrlich gesagt sehr schlecht gemacht. Und man hat ja auch gar keinen Gefährten. Da war jetzt wieder Heilung. Aber vorhin, das war aber echt unfair, muss ich ehrlich sagen. Ich stand doch in dem Feld drin. Ihr habt es gesehen. Oh, fuck. Wo sind wir das rote Feld? Oh, fuck. Aber ihr habt es gesehen. Ich stand in dem scheiß Feld drin. Aber irgendwie hat das nicht gezählt. Das muss ich nicht. Ich weiß nicht, das Problem ist, weil das Spiel sagt man auch nicht wirklich, was man machen muss. Da bin ich drin geschützt, oder was? Ne, auch nicht. Hier ist auch natürlich keine Heilung da, ist ja klar. Warum sollte auch welche da sein? Da ist welche. Jetzt kommt welche natürlich. Ganz knapp natürlich. Aber das Spiel sagt einem auch nicht wirklich, was man machen muss. Ich kann mir auch nicht, dass ich schlecht durchlesen. Da, 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 da. Gibt's her. Aber wenn ich nicht so fest dann würde, würde das auch viel, viel mehr Spaß machen. Gebt mir das hier nochmal fix. Ich sagte, gebt mir das hier nochmal fix. Guck mal hier. Seht ihr das? Genau das meine ich nämlich. Du kommst hier gar nicht mehr raus. Das ist echt schlecht eigentlich. Du kommst hier ja gar nicht mehr raus, wenn du einmal da drin sitzt. Das weh mir ja daran. Du hast extrem dumme auf der Wand. Ich muss so einen Trick geben. Das kann ja nicht so schwierig sein. Oh, fag ich. Dener Machtüberladung drin ist nicht gut. Ja. Ja. Er ist auch gerade in dem Problem, ne? Er sitzt nämlich auch gerade in dem Scheiß hier. In dem Kampf. Aber die Heilung kam jetzt richtig gut zu. Das finde ich wirklich toll. Aber diese, diese roten Dinger hier, die mag ich ja persönlich jetzt nicht. Oh fuck, deine ist Heilung und ich bin so dumm. Aber das ist auch welche. Ja, schmeiß die Heilung halt einfach weg. Ist genau, ist richtig. Ich komm, ich muss an die Heilung ran. Gib sie mir, gib sie mir, bevor sie abhaut. Komm her. Jetzt hier, jetzt wieder hin. Ja, ich hab sie geschafft. Aber wie denn? Nein. 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 Das ist wieder Heilung. Gib mir die Scheiße doch mal. Komm, befreie dich doch mal. Komm, befreie dich doch mal. Da. 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 Heilung. Also die Heilung müssen viel mehr Heilungslinge rein. Witzig mal, es ist so aus wie fast, dass wir es gerade schaffen. Das ist ein Mann, das ist ein Rufa. Ja, da. Das sieht gerade gut aus. Ja, gerade. das ist ja keine heilung gibt sie mir wo ein prozent prozent ja die scheiß toten jetzt mal erst mal folgen tschüss